Wir sind hier mit dem einzig wahren Drip-Checker... ...Livio. Bro, du wirst Air Force, Air Force! Was gefällt dir an diesen Kleidern nicht? Hier haben wir den ersten. Air Max kann man machen. Socken können wir darüber reden. Ist an der Socke nicht gut? Wenn man ein bisschen längere hat, wäre es besser ausgesehen. Was hältst du von seinem Outfit, auch mit Hollangejacke? Mammutsachen, wie ein Bünsel halt. Was hältst du von denen? Wanderschuhe. Was hältst du von eurem Outfit? Regenmante zu gross, Skinny-Jeans und Hosenmatch hat auch eine 1 von 10. Hardcore. Auch mit den blauen Kappen. Was hältst du von ihm? Skinny-Converse-Schühe. Gar nicht. Zipfel-Kappen. Kann man machen.